Ich bin Martina Herting, verheiratet, Mutter zweier Kinder und wie Sie ein Kind dieser Region. Im Emsland und der Grafschaft sind meine Wurzeln. Ich bin keine Politikerin, aber ich habe genügend Lebenserfahrung, um die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Probleme gehe ich praktisch an. Und Probleme haben wir in dieser Zeit wahrlich genug. Schlimmer aber ist, dass keine der Blockparteien von CDU, SPD, FDP und Grüne uns mehr die Wahrheit sagen. Wir werden getäuscht und belogen. Gesetze so gedreht, bis es der Politik passt. Deshalb engagiere ich mich in der Alternative für Deutschland. Eine Bürgerbewegung, die uns verbindet. Wir wollen wieder Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in unserem Lande. Wir wollen, dass Bürger wieder beteiligt werden und mitentscheiden. Zum Beispiel, wenn es um Bildung, Rente und vor allem um einen Stopp der Schuldenkatastrophe geht. Wählen Sie deshalb am 22. September mit beiden Stimmen die Alternative für Deutschland. Deutschlandwahl, Schicksalswahl.